Die sind aber süß. Wie lange halten die Batterien? Die Batterien? Zu lange. Dürfte ich mir die einmal kurz ausleihen? Dann bin ich nämlich hier der Hundebesitzer. Guckt euch das mal an. An alle Ladies, die Hunde gehören mir. Das sind meine. Das sind meine Hunde, die beiden hier. Die gehören zu mir. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, heute ist es mal ein richtig interessantes Thema. Ich werde die Leute fragen, was würdest du denn deinem Ex oder deiner Ex-Freundin gerne nochmal sagen? Ich bin wirklich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare schreiben. Seid ihr gerade Single? Seid ihr vergeben? Wie habt ihr euch denn getrennt von eurer Ex-Freundin oder von eurem Ex-Freund? Grüße an dieser Stelle auch nochmal an den lieben Danny Liedtke. Da habe ich das Video nämlich gesehen. Ich verlinke es euch mal und dachte, die Frage, die sollte ich doch heute mal stellen. Mein Name ist Marc Eggers. Carsten ist wie immer hinter der Kamera und wie immer auch nicht verlinkt. Scheißegal, wir fangen jetzt an. Wir gehen jetzt los. Was würdest du deiner Ex-Freundin gerne nochmal sagen? Auf geht's. Wenn du deinem Ex-Freund noch etwas sagen könntest, was wäre es denn? Ein bisschen mehr Gentleman würde ich glaube ich sagen. Das finde ich immer ganz schön und das vermisst man manchmal so als Frau. Was war so ein Trennungsgrund? Ja, ich finde das immer gut, wenn Männer Selbstbewusstsein zeigen und nicht so lahm unterwegs sind. Was wären die letzten Worte an Ihnen? Matthias. Ich mag dich immer noch Matthias, aber ein bisschen, ein bisschen mehr so die Frau verwöhnen fände ich schon nicht schlecht. Verwöhnen? Ach, es gab ein sexuelles Defizit bei euch. Ein leichtes vielleicht. Ein leichtes vielleicht. Matthias, auch mal mit der Zunge unten beigehen. Mal das ABC durchlecken da unten. Das kennen wir doch. Was ich schon einkaufen musste. Guck mal, du bist jetzt aber... Aha, willst du die einmal anziehen, die Unterwäsche für uns? Guck mal, die ist ganz nice. Wenn ich die anziehe, stehe ich hier gleich nackt. Ja, dann gehen wir kurz mal hier in den Fahrstuhl rein, wir beide, und dann gucke ich mir das gerne mal an. Das ist wirklich schon, finde ich schon, sehr sexy. Sehr sexy? Wir blenden mal ein Bild ein, das könntest du mir ja private mal senden. Ich danke dir vielmals. Was würdest du deiner Ex-Freundin gerne mal sagen, wenn du dir noch was sagen könntest? Würde ich nicht sagen, weil ich habe ja schon seit 19 Jahren meine Frau jetzt. Ich habe keine... Aber du könntest ja nur der Ex noch... Ich habe keine Exen mehr. Oha, da weiß ich, wer die Hosen zu Hause anhat. Genau, richtig, ja. Wollt ihr was essen? Was verteilt ihr hier? Hundefutter? Genau, genau. Wollt ihr was essen, da ist Hundefutter? Nein. Was würdest du deiner Ex-Freundin gerne mal sagen? Ich war das nicht. Was warst du nicht? Das weißt du ganz genau. Deine Haare passen zu meinem Mikrofon. Was würdet ihr gerne eurem Ex-Freund noch mal sagen? Ja, selbst schuld. Er verpasst halt was. Was verpasst er? Mein Charakter. Warte mal, wer seid ihr denn überhaupt? That's me sind wir. DSF. Deutsches Sportfernsehen. Ah, Sportfernsehen. Ah, deswegen. Deswegen bringt uns jetzt Fernseher. Ich bin Johnny Isda. Und das ist Spanien. Also die Leute kennen uns. Du kleiner Hup. Hast du gerade mit tiefer Stimme oder was? Bist du Stimmenimitatorin? Nein, ich kann meine Stimme verstellen. Trass, mach nochmal. Boah, was soll ich sagen, Bruder? Boah, man, dich selbstlos, aber du bist nicht. Ich bin kein Mann. Was würdet ihr super gerne nochmal eurem Ex-Freund mit auf den Weg geben? Alles Gute für die Zukunft. Ich komm nicht auf mein Leben los. Was würdest du denn deinem Ex-Freund gerne mal sagen? Das kannst du mal auspacken. Die letzten Worte an ihn. Du kleiner Hup. Nun ja, also die Entwicklung ist ja alles. Glow up oder glow down, ne? Ah, deswegen. Ich glaube, man sollte auffassen, was man tut. Und was man postet. Und wie man sich gibt. Und wie man sich ausgibt. Und mit welchen Leuten man sich umgibt. Da ist jemand fremdgegangen. Nicht fremdgegangen, aber schon fremdgegangen. Warte mal, ich glaube, er läuft hier gerade lang. Ist er das? Ey, selbst die verarschen uns, oder? Ja, ja, das ist Attrappe. Wir gehen hier rum und tun sollte, ob wir was machen. Okay. Oh, ich bin im Fernsehen. Ist fürs Fernsehen. Sind Sie auf TikTok? Ich bin auch auf TikTok. Wirklich? Das wollte ich euch ja immer zeigen. Savage Love. Wenn du deinem Ex was sagen könntest, was wäre das? Ich hasse dich. Was würdest du sagen? Weiß ich nicht, ist mein Chef. Der Ex ist dein Chef. Du hast dich hochgeschlafen. Nein, er war vorher nicht mein Chef. Er ist während der Zeit zum Chef geworden. Was hast du beruflich gemacht, wenn ich fragen darf? Hotelfachfrau. Ui, und dann mal oben ins Zimmer 536? Ja, so viele Zimmer haben wir nicht. So viele Zimmer hattet ihr nicht, na gut. Grüße an den Chef, ne? Darf ich dich kurz mal was fragen? Ich habe riesen Hunger. Riesen Hunger? Ich habe riesen Hunger, ich muss zu... Wenn du mich verarschen willst, dann aber bitte pünktlich. Heute auch mal wieder eine richtig, richtig geile Aktion bei That's Me. Wir geben 20% mit dem Code exfreundin, wollen wir mal machen, exfreundin20, gebt 20% auf das Styling Set. Also da habt ihr den Haarverdigger mit dabei und das beste Haarwachs aller Zeiten, meiner Meinung nach. Wax in Style, seid ihr komplett mit ausgerüstet. Minus 20%, erster Link unten in der Infobox. Was würdest du deinem Ex-Freund gerne nochmal sagen? Sich ver... Warum soll er sich ver... Nein, alles gut. Wünsche ihm alles Gute. Ne, jetzt... Alles Gute. Alles Gute. Bist du gerade vergeben? Nein. Wie alt bist du? 26. Ja, ja, das war der Blick von dir, ne? Hast du selber gerade gemerkt? Ja. Was macht ihr? Leute? Ja, ja, wir fragen gerade Leute. Ich bin hier gleich mit der Karnevalstruppe nochmal marschieren. Wir wollen Karneval feiern gehen? Ja, ja, genau. Geht los, nächste Woche. Und jetzt, Leute, gebt ihr mal dem Video einen Daumen nach oben, weil dann mach ich nämlich übernächste Woche wieder eine Karnevalsumfrage. Jetzt Daumen nach oben geben. So, mach's gut, Mausi. Wir schreiben auf Insta. Mark Eggers. Mark Eggers. So, hier sind sie. Was würdest du gerne deiner Ex-Freundin sagen? Was würd ich gerne meiner Ex-Freundin sagen? Wenn du mich verarschen willst, dann aber bitte pünktlich. War sie unpünktlich beim Verarschen, oder was? Ja, genau, richtig. Wir waren verabredet so heute, betrügst du mich um viertel nach eins, aber sie war um viertel nach zwei dabei. Ja, so ähnlich, genau. So kann man sich das vorstellen. Ja, scheiße. Und was noch? Also, das ist aber voll ganz kurz. Das ist voll strange. Du bist so groß, aber nicht so klein. Das macht doch voll... Geil, aber es ist geil, dass man nicht mal so wirklich ein Live antrifft, ey. Ja? Nicht nur so virtuell. Du sollst noch einen Tipp geben? Wofür? Was du immer machst? Bei Frauen anquatschen? Selbstbewusstsein ausstrahlen, aber ich glaube, das hast du. Und auf die Frauen zugehen. Einfach mal trauen. Einfach mal trauen. Man kann eh nichts verlieren. Man kann... Man verliert gar nichts. Du verlierst nur, wenn du nicht hingehst. So sieht's auch aus. Deshalb, Digga. Guter Mann, stabil, durchziehen. Mach's gut. Pass auf dich auf, ne? Tschau. Haben Sie eine Ex-Freundin, eine Ex-Frau? Die kleinen Parteien müssen einfach Unterschriften sammeln, Unterstützer, dass sie zugelassen werden zur Wahl. Und was würden Sie der sagen dann? Ich frag sie als Privatmensch. So, ach so. Boah, ich hatte leider so lange keinen Ex-Freund mehr. Duftmolekül. Du bist gut. Ah, das höre ich öfters mal. Was ich meinem Ex-Freund sagen wollte, das ist eine gute Frage, wollen wir uns irgendwann nochmal treffen? Ich muss darüber nachdenken. Was würde ich gerne meiner Ex-Freundin sagen? Also ich weiß, dass mein Ex-Freund das sieht. Er ist ein super ekelhafter Bastard. Das ist ein... Was hat er verkackt? Er hat mich betrogen. Mit zwei? Zwei. Mit zwei, genau. Und das hab ich gesagt, geh weg. Aber sei froh, weil jetzt lebst du dein Leben? Ich hab jetzt hier. Ach, das ist der sogar. Nein, das ist der nicht. Das ist ein neuer. Ach, der neue Freund ist da. Ich dachte, der Ex sitzt da, steht da hinten. Wir sind seit sie Monaten mehr zusammen. Da wären wir aber zusammen hingegangen zum Alten nochmal. Den Alten hätten wir uns mal vorgegriffen. Aber der traut sich nicht. Gut. Aber guck mal, da hast du doch einen guten Fang gemacht. Das stimmt. Was? Bist du so skeptisch? Bist du dir auch noch nicht sicher, oder was? Doch. Guckst du auf meine Haare? Sagst du da was nicht? Das ging gut, ne? Genau. Mir geht's besser ohne dich. Geht's besser ohne ihn? Ja. Eigentlich nichts Besonderes, aber ich dir alles, alles Gute wünsche. Nur das Beste. Da hat noch jemand Liebeskummer. Ja, auf gar keinen Fall. Oh, das geht vorbei. Das geht vorbei. Nein, nein, nein. Du kriegst die vielleicht zurück. Nein, die hat auch einen Freund. Ich hab auch eine Freundin. Bin sehr, sehr glücklich. Das ist gut. Aber... Willst du deine Ex denn sein? Allah! Nein, 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 nein. Auch nur das Beste, du. Wer stellt denn hier die Fragen? Ich oder du? Du. Also, dann geh doch weiter jetzt. Einmal Grüße an den Ex-Freund ausrichten? Nee, garantiert nicht. Warum? Wenn du dir noch was sagen könntest, was wär's? Schwer zu sagen. Oh, jetzt hat's geknallt. Ähm, was wär das? Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er sein Leben auf die Kette kriegt und Gottes Segen. Da ist aber einiges vorgefallen. Ja. Welche Konstellation ist das hier? Das ist mein Freund und es ist ein Freund. Der Freund vom Freund. Was würdest du deinem Ex-Freund gerne mal sagen? Das ist ein... Oh, kennst du den? Ja. Würdest du das bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Also ist nicht so gut auseinandergegangen? Nee. Aber jetzt hat's sich besser erwischt? Ja, auf jeden Fall. Denkst auch nur du. Oha. Hast du es bei dir? Was würdest du deinem Ex-Freund gerne mal sagen? Nix. Nix? Ex-Freundin? Nix. Auch nix. Gut. Ich hab keinen Ex-Freund. Hast du keinen Ex-Freund? Du? Nimm den Hund zurück. Ich hoffe, du hast ein gutes Leben. Okay. Man hat gar keinen Kontakt mehr? Nee, aktuell ist es näher. Ach, aktuell nicht? Kann ja noch werden. Ich weiß ja nie, was kommt. Aber deshalb auch was Nettes. Vielleicht gibt's ein Comeback? Nee, auf gar keinen Fall. Boah, was soll ich sagen, Bruder? Was wäre es denn? Ein Fick. Perfekt, jetzt müssen wir anfangen zu zensieren. Bei Ihnen hätte ich jetzt eher was Seriöseres erwartet. Ja, ist aber f***ig. Warum? Ja, nee, das will ich jetzt nicht erzählen. Nee? Da wird das schon Wissen kommen. Zusammen machen wir mal den hier. Wo sieht er das jetzt? Bei DSF wird er das sehen. Deutsches Sportfernsehen. Das guckt er wahrscheinlich, der Jörgi. Das guckt er tatsächlich auch noch. Weiß er nämlich Bescheid. Soll er sich mal Gedanken machen. Guter Style aber, muss ich mal ehrlich sagen. Gibt es DSF überhaupt noch, deutsche Sportfernsehen? Wenn du deinem Ex-Freund noch was sagen könntest, was wäre das? Ich spreche nicht Deutsch. Viele Grüße, viele liebe Grüße. Und lass es dir gut gehen. Im guten Auseinander? Im guten Auseinander immer. Standard. Bei mir nicht, nee. Du bist fremdgegangen wahrscheinlich. Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Jetzt sind wir wieder angekommen am Ende des Videos. Wir hatten wirklich alles dabei. Beleidigungen, Nettigkeiten. Ja, lasst es euch von mir gesagt sein. Ich habe auch schon die ein oder andere Trennung hinter mir. Es bringt nichts, irgendwelche Negativität zu haben, Hass oder irgendwelche schlechten Gefühle. Klar kann man traurig sein und enttäuscht sein, aber schaut immer nach vorne, weil, weißt du, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Und egal, wie schlecht es eurer Ex-Freundin geht, euch wird es dadurch nicht besser gehen. Also, nach vorne schauen, niemanden irgendwie was Negatives wünschen. Es bringt euch nicht nach vorne. Ihr bekommt 20% mit dem Code EXFREUNDIN20 auf das Styling-Set. Wie gesagt, Haarwachs mit dabei, Haarverdigger mit dabei. Erster Link unten in der Infobox. Danke nochmal an Danny, der mich inspiriert hat für diese Umfrage. Carsten ist auch verlinkt, der wieder mal gefilmt hat. Mein Name ist Marc Eggers. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Kannst du nochmal Marc Eggers, that's me, sagen mit deiner Stimme? Ich kenn den nicht mehr. Was soll ich sagen? Achso, nee, das bin ich nicht direkt. Nee, mit deiner Stimme nochmal. That's me, Marc Eggers. That's me, Marc Eggers. Das weißt du ganz genau. Allah!